Ey yo Bros, ich bin's mal wieder, Dennis Bro und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute wieder ein Video mit meiner Freundin Cindy. Na, Baby. Und ihr seht es schon am Titel, meine Freundin wird mich heute umstylen. Also klamottentechnisch, und zwar hat sie bei DevShop über meinen Namen zwei ganze Outfits für mich bestellt. Und ich weiß absolut nicht, was sie für mich bestellt hat. Ich bin richtig gespannt. Wirst du gespannt? Ja, Mann. Was ist dir ausgesucht? Ich weiß es nicht. Ja, das werdet ihr jetzt sehen. Falls ihr mein Video von gestern noch nicht abgecheckt habt, hier mal ein kurzer Ausschnitt. Heute habe ich den schweren Unfallprank in der Öffentlichkeit. Falls ihr nicht wisst, was ich meine, ich zeig's euch mal. Die ganzen Outfits, die gleich kommen, sind unten in der Beschreibung verlinkt. Auf DevShop checkt ihr unbedingt ab über meinen Link. Ihr wisst Bescheid. Nicht wundern, dass hier oben ein Werbevideo steht. Das Ganze ist natürlich eine Kooperation mit DevShop zusammen. Und lass uns jetzt erstmal mit dem ersten Outfit anfangen, oder Schatz? Bist du bereit? Ich bin ready. Bist du bereit? Wann willst du mir jetzt erstmal... Wollen wir bei den Schuhen anfangen? Und dann darauf baut sich das Outfit an? Ich glaube, ich entscheide, womit wir anfangen. Okay, dann sag du. Wir fangen mit den Schuhen an. Also doch, Schuhe. Warum musstest du jetzt da reinreden und mir nicht zustimmen? Richtig sinnlos. Ihr kennt zwei Frauen. Das erste Outfit ist es, womit du auch feiern gehen kannst. So Clubwear. Mäßig? Ja. Ja, okay. Okay. Also wahrscheinlich mit Jeans oder so. Das wirst du ja gleich sehen. Okay. Dann hol jetzt endlich mal die Schuhe. Ich will die Schuhe sehen. Ich weiß einfach nicht, was sie bestellt hat. Okay. Ich sehe schon, es sind Nike-Schuhe, Freunde. Hier sind sie. Oh, fuck. Kisat, soll ich sie aufmachen? Ich kann die auch so gehen. Okay. Komm. Seid ihr ready? Oh, shit. Ja, Mann. Es sind schwarze 97er, Jan. Woll, du weißt, welche Schuhe ich mag. 97er sind die besten Schuhe. Vor allem in schwarz. Ich hatte die noch nicht in schwarz. Ich habe die bis jetzt in gold und noch in Gefahr. Aber die schwarzen sind so sexy, Freunde. Oh, shit. Was hinkriegt man aus dem Karton raus? Wahrscheinlich. Boah. Das hier sind die 97er. Sie sehen mies geil aus. Sexy. Ja, Mann. Sehr geil, Schatz. Also, schwarze Schuhe hast du mir jetzt ausgesucht. Was als nächstes? Das ist eine Glückswimper. Oh. Oh. Was? Was? Eine Wimper? Ich wünsche was. Okay, Schatz. Wir fangen jetzt mit dem nächsten Teil an bei Outfit Nummer 1. Und zwar wird das die Hose sein. Hose? Okay. Ich bin gespannt. Hol sie mal. Los. Ich will sie jetzt endlich sehen. Oh, nein, Schatz. Du weißt doch gar nicht richtig meine Größe, oder? Ich weiß nicht, ich habe geschätzt. Oh, nein. Gar nicht gut bei Hosen zu schätzen. Okay, komm. Gib sie her. Ich sehe sie schon. Ich sehe schon die Farbe. Okay. Oh, oh. Hier ist sie. Das ist die Hose von, keine Ahnung, VST Wavewear. Keine Ahnung. Gesundheit. Das ist auf jeden Fall die Hose. So eine mit Trucker Streifen mäßig. So basic. Ja, das ist cool. Sieht auf jeden Fall fresh aus. Auf jedem Outfit werde ich einmal einblinden, wie mir das Ganze steht. Wir werden es einfach auf dem Dach. coole Slow-Mo-Aufnahmen machen mit jedem einzelnen Outfit. Also mit beiden halt. Okay, die Kombi ist auf jeden Fall, okay. Dunkel, dunkle Hose zu schwarzen Schuhen. Passt auf jeden Fall. Macht man nichts falsch mit. Oder Freunde, was sagt ihr? Jetzt kommt das T-Shirt. Ich bin gespannt. Was hast du mir für ein T-Shirt ausgesucht? Ich bin schon so ein, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich kann das gar nicht einschätzen. Komm. Ja. Zeig mir das T-Shirt. Werft mir das T-Shirt zu. Oh, hier ist es. Okay, und es ist ein Grimmy-T-Shirt. Grimmy, Grimmy. Hier ist es. Ein schwarzes. Oh, und. So, es ist Infamous Grimmy. Als Aufdruck in gelber Schrift vorne. So ein basic schwarzes T-Shirt. Welche Größe hast du mir geholt? In L. Passend. Stabil auf jeden Fall. Freunde, ich würde sagen, ich habe jetzt das ganze Outfit ready. Nein. Was denn? Ich habe noch ein Accessoire-Stück. Jetzt kommt es zur Sonnenbrille. Keine Ahnung. In einem Club. Ich weiß auch nicht, was du jetzt ausgesucht hast. Oh, es ist eine Kette. Ja, schwarze. Es ist eine Kette. Okay, okay. Was ist das für eine? Oh, shit. Das hier ist die Kette. Sieht unheimlich fresh aus. So auf Iced Outlook. Geil, Mann. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Heftig. Wir gehen jetzt hoch, Schatz. Und ich ziehe mir alle Sachen an. Outfit Nummer 1 kommt jetzt. intestine méh behind. Bringen geht bei Don Diapoli. Na, beachten? Na, durch. Okay, Schatz, das war jetzt das ganze Outfit, jetzt kommen wir zu Outfit Nr. 2. Freunde, ich habe mir auch zwei neue Caps geholt, einmal diese basic schwarze Trucker Cap hier, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die an mir findet, so sieht sie aus, wenn ich die nach vorne aufsetze und so sieht es aus, wenn ich die nach hinten aufsetze. Ich finde nach hinten viel besser bei der Trucker Cap. Das ist erstmal die Trucker Cap, dann habe ich noch diese Jordans Cap hier, ganz normale Snapback. Guck mal, so sieht die aus, wenn ich die nach hinten mache. Was findest du jetzt besser an hier? Ich bin immer noch nach hinten, ich mag das. Aber was findest du jetzt besser, Trucker Cap oder bei der Snapback hier nach hinten? Ich finde beide gut. Beide gut? Ja. Und Schatz, vorne, damit sehe ich aus wie ein richtiger Goofy, finde ich. Goofy? Ja, Goofy. Kommen wir jetzt zu Outfit Nr. 2, Schatz. Komm. Okay, willst du wieder mit den Schuhen anfangen? Ja. Okay, werf sie mir zu. Oh, es sind wieder Nike Schuhe. Hier seht ihr es. Oh nein, was hast du mir jetzt ausgesucht? Mach mal 97er? Ich weiß nicht. Okay. Oh shit, es sind weiße 95er. Oh mein Gott, sie sieht geil aus. Richtig sexy, finde ich. Willst du die auch haben? Oh. Ich habe die schon anprobiert, aber sie passen. Heftig, Mann. Die sind geil aus, oder? Schreibt es in die Kommentare, wie ihr die findet. Okay, Baby, jetzt kommen wir zum zweiten Teil von Outfit Nr. 2, die Hose. Okay. Zeig mal. Bist du bereit? Was ist das für eine Hose? Bist du bereit? Hol sie einfach. Ich kann es nicht mehr abwarten. Los, los, los. Okay. Es ist eine Adidas. Jogginghose. Ja doch, es ist eine Jogginghose. Okay. Oh. Hat sogar so unten so weiße Streifen. Ist jetzt so für draußen das Outfit, so. Ja, chill am Outfit. Ja, chill so unterwegs. Okay. Stabil auf jeden Fall. Alltagsoutfit. Okay, wir haben jetzt die Farben. Schwarze Hose, schwarz-weiße Hose. Dann auch weiße Schuhe mit schwarzen Akzenten. Und was kommt als nächstes? Ich habe es. Guck mal, ich habe es sogar nicht mehr angeguckt. Ich habe es gefangen. Okay. Was ist das für ein T-Shirt? Du hast nur schwarze Sachen genommen. Aber. Er mag schwarze. Ich liebe schwarze Sachen. Das T-Shirt. Fresh. Auch. Oh, ich glaube, das Outfit sieht richtig geil aus sehen. Richtiges schwarz-weiß Outfit. Eine Jacke. Pulli. Eine Jacke. Ja, Mann. Dadu, ja. Das Outfit ist für ein Alltag. Also brauchst du auch eine Jacke. Richtig freshes Outfit, Mann. Oh, shit. Das wird ja richtig crazy aussehen. Ist das sogar die passende Jogging-Mose dazu? Ich weiß nicht. Sieht auf jeden Fall so aus. Oh, mein Gott. Ich glaube, das wird richtig geil aussehen, das Outfit. Die Jacke ist richtig geil, finde ich. Die hat die typischen drei Streifen hier. Kommt noch irgendwas zu dem Outfit oder war es das jetzt? Was war es jetzt? Okay. Ich werde jetzt alles anziehen. Als würde das nicht reichen, die ganzen Sachen. Komm doch mal. Ja, eben. Kam auch auf einmal eine Kette. Ich werde jetzt Outfit Nummer zwei anziehen. Und so sieht das Ganze an mir aus. So, Leute. Das war's mit dem Video von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das war jetzt meine Freundin. Es stylt mich um. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die zwei Outfits zu meiner Freundin fandet. Oder ob sie irgendwas hätte besser machen können. Besser kombinieren können. Sonst irgendwas. Schreibt alles in die Kommentare. Ich lese immer gerne eure Kommentare durch. Wie schon gesagt, jedes einzelne Outfit ist unten in der Beschreibung verlinkt. Checkt das unbedingt ab. Vielleicht findet ihr auch coole Outfits. Ja, Mann. Und gönnt euch unbedingt, wenn ihr euch was bestellt, über meinen Link etwas. Ihr wisst Bescheid. So farz. Schadet nie. Und wir... Was machst du? Ja, auslustig. Auslustig. Gesundheit. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video. Haut rein. Euer Dennis Bro und ciao. Bis zum nächsten Mal.